Moin Leute, herzlich willkommen zur 45. Folge von Sims 4. Lasst eine kleine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Schlingjul. Alle Tests tut mir so leid. Bald wird dieses verschmitzte Lächeln verschwinden. Und es ist alles die Schuld von dem da. Von meinen Haaren? Ja. Oh, jetzt sind deine Haare weg. So, warte mal, hier direkt auf Play. Ja, meine Damen und Herren. Es sieht so aus, als würde der gute alte Aslak-Bedizel. Ich habe meinen Zenit erreicht, Alter. Es geht nicht mehr. Da kann man keinen Zentimeter mehr reinquetschen. Oh, du meditierst. Aber vielleicht bist du unsterblich, weil es strahlt. Ja, wahrscheinlich, weil ich mal ein Flanschen... Flanschen... Weil ich mal ein Flanschenmensch war, Leute. Auch weiterschreiben. Buch verwerfen, okay. Himmlische Kissen. Aslak, du kannst doch deine Zeit nicht verschwenden, indem du... Lass mir nur neue schreiben. Harry Potter. Nee, nee, ich mach... Ich wählte alles. Ja, lass doch die Harry Potter-Filme klauen, Bücher. Ja, und damit machen wir Millionen. Aber müssen wir es nicht Harry Schmotter nennen? Haben wir nicht schon Harry Schmotter? Nee, nee, in der Welt gibt es keinen Harry Potter. Oh, okay. So, Aslak Junior. Das ist nicht Aslak, das ist mein Kind. Nee, das ist meiner. Nee. Oh, das ist doch meiner da. Ich kann das nicht anklicken. Hä? Hä? Aber er hat es genommen. Ja, aber kann ich das nur? Ich kann das dann nur wieder in... Oh, nein! Peter Diesel ist wegge... Jade! Wo kommst du denn her? Hä? Wieso war sie da? Hat sie mir gewunken? Hoffentlich. Oh, nee. Asteroiden im Anflug. Ein Asteroid rast auf den Planeten zu. Was soll Aslak tun? Ja, mit Schiff... Mit Schiff... Mit Schiff... Bats! Aslak? Liebste? Ich weiß es nicht. War das das erste Mal, dass ich wegfliege? Weil da stand irgend... Hä? Jade, bist du dumm? Fehlschuss! Die Kanonen des Schiffs fügen dem Stein nicht einmal einen Kratzer zu. Aslak hat keine Wahl. Er muss den Asteroiden mit dem Schiff abfangen. Krass, du hast keine Wahl! Ja, aber warum stellen sie mich denn dann... Aber was macht Jade? Jade! Ja, aber warum macht sie denn den an? Und was guckt sie da? Und was ist mit Glatzen, Larry? Denzt er sich da jetzt... Ah, nee. Erfolg! Aslak fliegt sein Schiff in die Bahn des Asteroiden. Das war knapp... Alter. Ja, aber warum... Du bist doch gescheitert, warum... Ach, Vanessa ruft an! Ach! Ja, ja! Kommst du mit ins Fitnessstudio? Was? Aber sie ist ein Geist! Sie ruft meine... Deine Frau an? Ja, scheinbar. Fitness verbrennen und Puppen. Weißt du was... Pass auf! Ja, was? Mach mal abbrechen, es kommt mal ein bisschen raus. Ja. Wo ist der Grabstein? Da rechts, der noch normal aussieht. Zerstör den Spuck drauf. Den? Nein, der rechte. Nicht, Alter. Lass Clara in Ruhe. Okay. Oh, der Geburtstag von Aslak A. Jr. naht. Zerstör ihn. Okay. Mach Geist ins Jenseits entlassen. Tschüss. Alter, warte mal. Dann werde ich mal hier. Heute wird gebackt. Oh, ja, wird gebackt. Heute backt Pidesl einen super Kuchen. Oh, Geist freilassen, jo. Ach, das macht Jade. Warte, und jetzt, jetzt tritt gegen. Komm. Ich kann nicht dagegen trinken. Du kannst ihn zerstören. Nein. Doch, doch da links. Zerstören. Achso, ja. Ja, 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 komm. Los. Oh, ist schon weg. Oh. Ich hab mich hier... Hä, aber warum jetzt... Jetzt mach weiße Torte fortsetzen, Junge. Und SA... Och, Mann. Und wieso ist hier ein Angebet... Was? Jetzt haben wir zwei. In Welt platzieren. Zack. Komm, jetzt mach mal hier. Du kannst ja rausziehen, das weiße. Nee, will ich ja gar nicht. Da kann ich doch keine Dinges mehr platzieren, oder? Doch, doch. Nein, kann ich nicht. Achso, nee, in den nicht. Der ist ja schon angefresst. Aufräumen. Nee, dann muss ich den nochmal... Ey, das ist doch beschiss. Hey, hallo, Clara. Na? Jetzt ist mal Schluss hier. Nee, nee, nee. Einen durftest du schon töten. Wieso? Ich hab niemanden... Das Buch ist fertig. Ja, 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 ja. Und jetzt? Noch ein neues? Ja, ja, Schmeri-Dotter. Okay. Nennen wir es wirklich Harry Potter? Ja, klar. Okay. Schreiben. Genre-Buch. Ist es... Da Motivationsbuch. Weil das... Da hab ich einen Bonus. Macht keinen Sinn, aber ist besser. Okay. Komm schon. Zack. Okay. Harry Potter und... Und der... Stein der Weisen. Der Stein der Weisen. Ja. Das ist ein Büro. Selbstsicherheit. Ach, schade. Hätte ich passend gefunden. Harry Potter und der Stein der Weisen. Und die Beschreibung ist... Bitte nicht verklagen. Fertig. Danke, JK Rowling. Mann, Asslack. Er hat gerade seine Hankers-Mahlzeit. Ach, da. Ich hab ihn... Oh, guck mal. ...in die Wanne geportet. Oh. Guck mal, wie du ein bisschen gebadet. Oh, ja. Ja, Plansch, Plansch. Ach, das ist doch... Du bist so ein guter Vater, Schlingil. Zack. Ich bin's. Und wieder sauber. Geiler Trick. Kann ich auch noch ein gesellschaftliches Ereignis planen ohne? Weil dann könnte ich ja ein paar Chicks für meinen Sohn einladen. Hausparty? Tanzparty? Ah. Geburtstagsparty? Geburtstagsparty, ja. Ah. Was ist denn ne Würstelparty? Was ist das denn? Triff dich mit deinen Campingfreunden und genieße einen Abend mit leckeren Speisen und netten Gesprächen am Feuer? Ach, nee. Das stinkt alles nach heiße. Oh, kann ich nicht wählen. Kann ich denn ne Geburtstagsparty? Warte mal. Ja. Geburtstagsparty? Ah. Du kannst beide auswählen. Ach so. Du kannst beide da alt werden lassen. Soll er alt werden? Nee. Okay. Du hast den einfach... Zack. Gäste? Oh, ja, 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 ja. Ja, natürlich wir alle, ne? Ach so, ja, ja. Wir alle. Ja, er ist ganz... Ach so, oh. Nee, du nicht. Du hast mein Kind nicht. Candy? Ulrike? Nee, sorry, Alter. Candy. Mann, kennen wir nicht mehr? Dann schnappt sich mein Sohn Candy. Nein! Hakim, ich Marvin ist auch alt. Ich dachte jetzt gerade so, hä? Willst du auf einmal Candy haben? Aber es geht nur um Hakim, ich Marvin, Alter. So, okay. Fette Party, Alter. Caterer? Äh. Ja. Ja, einmal die Mixer. Ja, dann wird wahrscheinlich irgendwie random eine ausgewählt. Zack. Ach so. Oh. Ein Museum. Bar, Nachtclub? Nee. Oh, guck mal. Da war... Da waren wir noch nie. Was würdest du... Also bisher fand ich das da oben am coolsten. Wo man auf dem Dach war. Das? Ja. Sternen-Kucker-Lounge? Okidoki, dann geht's da hin. Ah, P-Dizel, du wirst alt, Alter. Und du machst dir jetzt Candy klar. Geile, geile Candy. Oh, wie viel Geld die mittlerweile haben muss. Stimmt. Oder sie ist battlearm. Nee, 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 nee. Glaubst du nicht? Die ist so alt wie wir. Warte mal, aber mein Sohn ist junger Erwachsener, oder? Ja, und? Der kann ja heiraten und dann wieder... Kann er als junger Erwachsener denn die... Okay, das müssen wir jetzt mal... Nee, wenn er da alt wird, dann kann er sie doch heiraten. Alter, wie cool sie denn Riesiger Hipster, Alter Ja, dann mach sie an, mach sie an Warte, 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 erst mal Vom Fisouverin Erstmal, bist du Auswahl, Vampir Flirtschub Ja, sehr gut Aber pass auf, dass er auf jeden Fall neben mir steht Da, direkt an die Bar Teleportiert, da ist er, Alter Die Party Machine, so, ich brech das mal ab So, komm, komm, komm Oh, du hast das schon gemacht Egal, mach nochmal Ach, Ass Ja, doch, das müsste ich Ja, doch, doch, ja, er hat's Sauber, okidoki Der Coquette Nach Liebesleben direkt Oh, so eine geile Schnitte Erstmal kennenlernen Erstmal danke ich dir Alter, guck dir wie der Ass lag True Gangster, Alter, in der College-Jagel Und Gott, der hat selber Bock auf Candy, Alter Oh, ja, bei den Plus Ja, ja, nach Tichtel-Mächtel-Fragen Was hat er denn für Probleme? Bezieh, ah, ich gebe dir schon ein paar Beziehungstipps, Alter Direkt, ich heize hier ein bisschen ein, weil Oh Gott, oh Gott, Alter Was ist denn mit ihr los? Ja, ja Was soll mit ihr los sein? Sie ist halt ein bisschen schwanger, ne? Aber such mal die Torte Wenn du da jetzt reinpustest Ach so Ja, ja, das ist sogar dein Hauptziel Ach so, ist da Hauptziel Kerzen ausblasen Ja, aber wo ist denn die Torte? Wo ist denn das Catering? Noch nicht da? Ja, das kann sein Dann müssen wir warten Oder den, den Typen an der, äh, an der Bar fragen Oh Gott, nee Müsste ich vorstellen Mehr Auswahl Essen bestellen Essen bestellen, ja, den Kuchen Chips Nee Nee Dann an der Theke selber Da war ja auch was Ach so, ja, okay An der Bar arbeiten Ja Ich glaube, der wird irgendwann mitgebracht Ja Wenn die Party so richtig am, am Hasseln ist So, warte Oh, guck mal, ja Ah, cool Ich will sie eine Geschichte erzählen Ja, warte mal, warte mal Ich bin sehr krokett Oh, sie, oh, sie holt Getränke Ja, ein Ziel hast du Was denn? Äh, Leute sollten Sachen trinken Das hast du gerade erfüllt Ah, okay, cool Lieblingsbands schwärmen Ich, ich konnte auch Ah, noch mal nach Liebesleben Hey, Candy Ich, äh, ich bin noch nicht so Ach so, sie holt sich ihren Drink Oh, mein Schwarm ist der Entertainer Mein alter Schwarm Hä, aber wieso, ich kann nicht mit ihr anderweitig romantisch werden Ja, weil du jugendlich bist Wahrscheinlich Ja, dann, dann muss ich unbedingt hier den Du musst den Kuchen haben Kann ich hier was kaufen? Kuchen, gib mal einen Nee, Kuchen kann ich bestimmt nicht Aber ich könnte Die Ernährtin stellen Ja, muss ich ja Nee, ich denke, das kommt Du hast Catering ja angewählt Okay Einfach warten Okay, dann warte ich Weil ich mein, um links steht ja sogar Oh, das ist natürlich jetzt Hey Ach, ich bin auf der Frauentoilette Ach, jetzt habe ich da einen Minus Ich frage dich direkt nach dem Liebesleben Hey, alle gehen Was? Warum geht die denn alle? Sie gehen nach unten Ah, vielleicht ist unten der Kuchen Ach so Ja, ja Geh mal hin Ja Mal gucken Aha Nein Hier ist kein Kuchen Hier bin ich einfach nur unten Was ist hier? Obwohl, vielleicht ist hier das Catering Weil hier ist auch so eine Shisha Hallo? Alter, was ist das denn für ein Riesending hier? Krass Essen bestellen Ja, ja, guck mal Nee, da gibt es nicht Ach, schade Das kann doch nicht sein Was ist da? Was macht der denn da? Was ist der neben? Was? Das kann doch nicht wahr sein Nee, aber ich glaube nicht, dass es hier unten Dann geh nach oben Dann geh nach oben und warte Da kommt schon einer Ja, krieg ja von der oben hin Sag ihm einfach, er soll hier hochlaufen Irgendwie Hier hingehen Genau Okay Mal gucken, ob er es schafft Ja, da ist er wieder Ja Aber still no Coke Äh, Cake Mann Und wo ist Candy? Ach, da ist Candy Wo ist der Entertainer? Stimmt Oh, du bist uns Du bist beschämt Oh nein Du musst dir eine Boost von mir abholen Ja Was? Nicht erfolgreich Ach, Mann Die Geburtstagsparty ist ein einziger Reinfall Nein Candy, den ich Und du winkst noch Nein Leute, alle nach Hause Belassen nicht alle Es gab nicht mal einen Kuchen für dich Was ist mit ihm los? Er wurde angerufen Alter, ja Candy ruft an? Ja Wow Eine tolle Oh Der Aslak Der weiß Der hat es noch drauf Der hat es einfach noch drauf Aber ich kann nicht, Candy Ich bin ein verheirateter Mann Aber Okay Okay Ich kann leider nicht Aber wie soll Meine Frau guckt zu Ja Ich bin unter stetiger Beobachtung Früher Candy Früher hätte ich dich verführt Und wir wären zusammen nach Acapulco gegangen Um dort Unsere Liebe zu frönen Aber heutzutage Du bist jetzt vielleicht noch jung, ne? Ja Ja, wahrscheinlich Nee, du hättest mich auch so noch alt gemacht Bin ich mir hundertprozentig sicher Länderübergreifend Ja Aber kannst du dir jetzt einen Kuchen nehmen und alt werden? Ja, das will ich jetzt nochmal rausfinden Ich lebe übrigens immer noch Ja Ich bin noch gar nicht verreckt Ja, du bist unsterblich Nein Ey, das wäre wirklich ein schöner Bug Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen Alter Level 3 der Mixerfähigkeit Hä, was hab ich denn gemacht? Ich hab keine Ahnung Oh, Alter Jade hat ein Big Booty bekommen Den hatte sie schon immer Und? Und? Was? Nimm mal dich Nimm mal dich einfach Kann ich auch nicht Was? Hä, aber Achso Ach, das ist Aber das Ich muss an der Tage bis zur nächsten Altersstufe Ja, okay Ja, aber das ist ja kein Problem Manuel, dann Das kriegen wir hin Tage bis zur nächsten Altersstufe Jo, jo, jo Dann klick mal an Das ist ein Prank Scheinbar Das war's mit der heutigen Folge von Sims 4 Lasst eine kleine Bewertung da Morgen geht's natürlich wieder weiter bei dem guten Alten German Let's Play Habt jetzt noch einen traumhaften Tag Lasst wie gesagt eine kleine Bewertung da Haut rein Ciao, ciao Ciao